Hallo liebe Sternenfreundinnen und Freunde, ganz herzlich willkommen zu diesem Video mit eurem Horoskop für den verheißungsvollen Dezember. Auch diesmal fasse ich wieder alle zwölf Sternzeichen in einem Video zusammen. Ich freue mich sehr, dass diese Form mit einem Video für alle so gut bei euch angekommen ist und es war ein richtig großer Erfolg hier auf YouTube. Vielleicht bleibe ich also für die Zukunft dabei. Ihr könnt mir gerne unten bei den Kommentaren ein Feedback dazu posten. Besonders interessant fand ich, dass mir viele zurückgemeldet haben, dass sie sich auch gern die Tendenzen für die anderen Sternzeichen angeschaut haben, um zu erfahren, was bei denen so los ist. Aber wenn ihr nur für euer eigenes Sternzeichen bzw. den Aszendenten schauen wollt, dann ist das kein Problem. Ich poste euch auch wieder unten in der Videobeschreibung, welches Zeichen wann dran ist. Und auf euren Wunsch hin werde ich auch die Sternzeichenbilder etwas länger stehen lassen, damit ihr euer Zeichen leichter auffinden könnt. Den allgemeinen Überblick über die Tendenzen und die wichtigsten kosmischen Ereignisse findet ihr in dem Video Glücksneumond und Wintersonnenwende Horoskop im Dezember. Wenn ihr gern eine persönliche Beratung hättet, wie euer neues Jahr so wird, könnt ihr mich jederzeit kontaktieren. Ihr erreicht mich über meine Homepage oder auf meinem Kundentelefon und die Infos verlinke ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. In diesem Monat verlose ich ein ganz besonderes Geschenk, nämlich eine komplette persönliche Jahresvorschau bei mir. 45 Minuten inklusive Mitschnitt im Wert von 160 Euro. Aber passt gut auf, diesmal sind die Teilnahmebedingungen etwas anders als sonst. Mehr dazu erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Januar bekannt. Die geht so um den 20. Dezember rum online, also da auf jeden Fall mal reinschauen. Und ich möchte euch auch mein Jahrbuch ans Herz legen, in dem ihr eure Tendenzen für die Liebe, eure Finanzen und die Gesundheit erfahrt und auch welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen. Alle Infos dazu erfahrt ihr hier auf der Infokarte und ich packe sie auch noch mal unten in die Videobeschreibung. Jetzt geht es los und wir schauen in die Konstellationen für alle zwölf Sternzeichen. Und wir fangen an mit den Tendenzen für die Widder und Widder-Ascendenten. Ihr solltet den Dezember möglichst entspannt angehen. Euer Herrscher Mars steht aus eurer Sicht etwas kraftlos in den Fischen, deshalb ist die Zeit ungünstig, um vor Jahresende noch große neue Projekte anzuschieben. Vielleicht fühlt ihr euch auch manchmal, als ob ihr gegen Windmühlenflügel ankämpft. Die Menschen in eurem Umfeld scheinen Probleme zu haben, die sie aber nicht offen äußern. Aber das bessert sich ab Mitte Dezember. Am 6. Dezember abends wird der Merkur wieder direktläufig. Das ist schon mal ein Schritt nach vorne. Am 7. Dezember haben wir dann den Glücksneumond im Schützen und der fällt für euch ganz wunderbar ins 9. Haus der neuen Horizonte der Reisen und erregt euch an, große Pläne für die Zukunft zu entwerfen. Ihr solltet für 2019 auf jeden Fall eine Reise einplanen, also eine große Reise oder eine Fortbildung einfädeln oder beides. Auch Widder, die als Evolutionsagenten die Welt verbessern möchten oder die sich in Hilfsprojekten engagieren, können diesen Neumond wunderbar nutzen, um in der Meditation Visionen für die Zukunft zu empfangen. Sprecht zunächst noch nicht über eure Ideen, lasst sie erst mal reifen. Ab dem 13. Dezember geht der Merkur in den Schützen und dann werdet ihr richtig Lust haben, über eure Pläne zu reden. Haltet euch dabei an enge Vertraute und an diejenigen, die ihr in eure Vorhaben einbeziehen wollt. Die Wintersonnenwende am 21. Dezember mit dem anschließenden Vollmond in den Zeichen Steinbock und Krebs lässt euer Herz höher schlagen. Trotz Weihnachtshektik spürt ihr schon, wie eure neuen Vorhaben und Ideen in euch heranreifen. Die Weihnachtstage sind für Wiedergeborene in fester Beziehung und Familie sehr liebevoll und ihr spürt den Familienzusammenhalt. Vor allem, wenn ihr es schafft, keine Arbeit über die Feiertage mit nach Hause zu nehmen. Wenn ihr alleinstehend seid, ist die Zeit ideal, um sich einem spirituellen Kreis anzuschließen oder um mit Freunden auszugehen und zu feiern, weil der Mond an Heiligabend in den Löwen wechselt und für Partystimmung sorgt. Zum Jahresende hin spürt ihr vielleicht schon euer neues Energiehoch herankommen, denn in der Silvesternacht wechselt der Mars euer Herrscher ins Zeichen Widder, wo er euch mit einem Superstart ins neue Jahr beglückt. Und jetzt schauen wir für die Stiergeborenen und Stieraszendenten, was der Dezember bereithält. Es kann ein Monat der Liebe werden, denn die Venus läuft ab dem 2. Dezember durch den Skorpion und damit durch euer Partnerhaus. In der ersten Woche gibt es vielleicht noch ein paar Irritationen oder spontane Planänderungen, aber danach ist alles wunderbar. Wenn ihr alleinstehend seid, könnt ihr im Dezember viele Kontakte knüpfen. Deshalb nutzt alle Einladungen zu Weihnachtsfeiern. Ihr werdet die Geselligkeit genießen und vielleicht auch einen Flirt anfangen. Der Glücksneumond am 7. Dezember fällt bei euch ins 8. Haus der festen und verbindlichen Beziehungen und gleichzeitig steht die Venus im Partnerhaus. Es ist also ein Neumond der Liebe und der Partnerschaft. Was und wie viel wollt ihr in eurer festen Beziehung einbringen? Was wollt ihr gemeinsam erreichen? Macht Pläne für das neue Jahr als Paar, als Familie, als Gemeinschaft. Wenn ihr alleinstehend seid, malt euch in den leuchtendsten Farben aus, wie eine feste Beziehung für euch aussehen soll und überlegt euch ganz realistisch, auf welchen Wegen ihr jemanden kennenlernen könnt. Spart dabei das Internet oder Flirt-Apps nicht aus. Sie haben schon viele glückliche Beziehungen gestiftet, auch wenn man erstmal einige Frösche küssen muss, bevor man den Prinzen oder die Prinzessin findet. Um die Monatsmitte habt ihr besonders schöne Aspekte für gemeinsame Aktivitäten in der festen Partnerschaft. Singles, die jemanden kennengelernt haben, können diese Beziehung dann festigen. Und in Liebesangelegenheiten, die während der vergangenen zwei Monate ins Stocken geraten waren, findet ihr jetzt wieder eine Annäherung. Wer seriös ist und es ernst meint, bleibt euch erhalten und wenn die Sache es nicht wert war, wird sich das nun auch erledigen. Finanziell ist der Monat sehr günstig für euch, vor allem, wenn ihr euch mit anderen zusammenschließt. Vielleicht könnt ihr bei den Weihnachtsgeschenken eine günstige Sammelbestellung machen. Die Wintersonnenwende am 21. Dezember mit dem anschließenden Vollmond in den Zeichen Krebs und Steinbock steht vorteilhaft zur Stiersonne und läutet bereits das nächste Jahr ein, in dem ihr weiterhin sehr große Schaffenskraft habt und viele eurer Vorhaben umsetzen könnt. Ihr solltet dann aber trotzdem mal Pause machen, um die Weihnachtstage zu genießen. Wahrscheinlich werdet ihr im Kreis der Familie feiern, denn der Mond aktiviert ab Heiligabend euer viertes Haus und auch der Mondknoten im Krebs zeigt an, dass euch Familienbande super wichtig sind und dass ihr euch freut, mal wieder Zeit zum Plaudern und zum Austausch mit euren Lieben zu haben. Zu Silvester betonen eure Sterne eure Partnerschaften und Freundschaften. Ihr könnt wunderbar gesellig feiern oder ihr bekommt die Gelegenheit mit eurem Schatz einen ganz romantischen Silvesterabend zu verbringen, vielleicht an einem schönen Urlaubsort. Und weiter geht's mit den Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Für euch fällt der Glücksneumond ins Partnerhaus. Das ist genial für euer soziales Leben. Er bringt schöne Zeiten in der Liebe und geselliges Beisammensein und Chancen, tolle neue Leute kennenzulernen. Nutzt den Neumond, um eure Wünsche für euer Beziehungsglück an den Kosmos abzuschicken. Viele davon werden sich in den nächsten vier Wochen oder auch in den kommenden zwölf Monaten erfüllen. Malt euch genau aus, was ihr euch wünscht und formuliert eure Ziele ganz klar, damit euer Unterbewusstsein die Botschaften versteht und euch bei der Umsetzung helfen kann. Und schließt in eure Wünsche Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit auf beiden Seiten mit ein, denn ihr habt 2019 eine Konstellation, die euch zu unrealistischen Träumereien verleiten kann. Und zwar sowohl beruflich als auch in der Liebe. Die Venus steht im Dezember in eurem Berufshaus. Deswegen kann es auch im Kollegenkreis knistern. Da können vielleicht Weihnachtsfeiern beziehungsstiftend wirken. Aber achtet darauf, keine falschen Signale auszusenden und das Verhalten anderer nicht zu missdeuten, damit es keine Enttäuschungen gibt. Ihr habt im Dezember jede Menge wunderbare Flirtchancen, aber nicht alles ist Gold, was glänzt. Für euer berufliches Fortkommen können die Konstellationen allerdings schwierig sein, weil oft nicht klar ist, was eigentlich von euch erwartet wird. Gegebenenfalls mal nachfragen oder Dienst nach Vorschrift schieben. Auch bei Behördengängen wird es schwierig, klare Aussagen zu bekommen. Wenn es wichtig ist, müsst ihr dranbleiben und zur Not mehrmals nachfragen. Das bessert sich aber alles ab dem 13., wenn der Merkur in den Schützen und damit in euer Partnerhaus geht. Dann habt ihr bis zur Wintersonnenwende am 21. Dezember eine gute Phase für klärende Gespräche, beruflich wie in eure Beziehungen. Die Sonne geht am 21. Abends spät in den Steinbock und aktiviert dann den Bereich eurer festen und verbindlichen Beziehungen. Das ist sehr schön für die Weihnachtstage mit dem Schatz und der Familie. Aber auch alleinstehende Zwillinge werden sich bestimmt nicht über Einsamkeit beklagen können. Dafür sorgt Jupiter. Ihr findet bestimmt nette Gesellschaft, um die Festtage zu verbringen. Dafür bietet sich eine Urlaubsreise an und da kann es dann auch flirtmäßig prickeln. Die Sterne zu Silvester verraten mir, dass so mancher Zwilling die Feiertage nutzen wird, um sich eine Auszeit zu gönnen und sich was Gutes zu tun. Davon abgesehen habt ihr weiterhin dank Jupiter und Merkur im siebten Haus geniale Sterne, um gemeinsam mit netten Leuten ins neue Jahr zu feiern. Und wir kommen zu den Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Freut euch auf einen kuscheligen Dezember. Die meisten Krebse lieben die Weihnachtszeit und dekorieren gern ihr schönes Heim gemütlich und schmücken alles weihnachtlich. Die Venus läuft durch euer fünftes Haus der Lebensfreude und der Romantik und der Kinder und das verspricht glückliche Tage. Wer Kinder hat, wird sich begeistert, dem Aussuchen oder Basteln der Geschenke widmen. Wer liiert ist oder einen Flirt am Laufen hat, darf sich verwöhnen lassen. Wenn ihr alleinstehend seid, erlebt ihr den Monat als kreativ und inspirierend und habt bestimmt tolle Ideen, wie ihr Freunde und nahestehende Menschen mit schönen Weihnachtsgeschenken erfreuen könnt. Der Glücksneumond am 7. Dezember fällt in euer sechstes Haus der Gesundheit und das ist ein Hinweis darauf, dass ihr nicht nur an die anderen, sondern auch an euer eigenes Wohlergehen denken solltet. Nutzt die Neumond-Meditation, um Inspirationen darüber zu empfangen, wie ihr im kommenden Jahr für eure Gesundheit und Vitalität sorgen könnt. Was braucht ihr, um zu Kräften zu kommen und eure Batterien wieder aufzuladen? Im sechsten Haus geht es auch um berufliche Abläufe. Eine schöne Arbeitsumgebung mit angenehmen Kollegen würde euch glücklich machen und ihr habt im neuen Jahr die Chance, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Malt euch zu Neumond ganz genau aus, wie euer Traumarbeitsplatz aussehen würde. Partnerschaftlich sieht der Monat sehr gut aus. Ihr seid zuverlässig und durch den schönen Venus-Einfluss auch sehr liebevoll, selbst wenn euer Partner störrisch oder gestresst sein sollte. Ihr könnt denen, die wegen Enttäuschungen oder Unklarheiten bekümmert sind, zur Seite stehen. Eventuelle Vorwürfe von anderen sind wahrscheinlich aus der Luft gegriffen. Das dürft ihr nicht persönlich nehmen, die sind mit sich selbst beschäftigt. Am 8. und 9. Dezember habt ihr zwei Top-Tage für die Liebe und für eure Beziehungen. Am 13. geht der Merkur in den Schützen in euer Berufshaus. Jetzt habt ihr bestimmt viel Spaß mit Kollegen und bei den Weihnachtsfeiern. Zur Wintersonnenwende am 21. Dezember geht die Sonne in den Steinbock und aktiviert dann für die kommenden vier Wochen euer Partnerhaus und auch der anschließende Vollmond findet auf eurer Beziehungsachse statt. Deshalb wird es für euch wirklich ein Fest der Liebe. Bestimmt habt ihr bereits schöne Ideen, wie ihr die Weihnachtstage und die Zeit bis Neujahr verbringen wollt. Lasst das nicht einfach nur auf euch zukommen, sondern gestaltet es selbst aktiv. Eure Lieben warten nur auf eure Anregungen. Krebs-Singles haben zwischen Weihnachten und Neujahr wunderbare Flirtsterne. Also werdet aktiv und schaut, was ihr unternehmen könnt, um Leute zu treffen. Silvester solltet ihr auf jeden Fall feiern. Ob mit Freunden oder mit dem Schatz und der Familie, ihr seid in Partystimmung. Und weiter geht's mit den Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Für euch steht der Glücksneumond im Schützen einfach genial, denn er fällt in euer fünftes Haus der Lebensfreude. Meditiert darüber, welche kreativen und spielerischen oder auch romantischen Wünsche ihr für das neue Jahr habt. Und wenn ihr Kinder habt, denkt darüber nach, was ihr mit dem Nachwuchs so vorhabt und wie ihr euch von den Kindern inspirieren lassen könnt. Wenn ihr eure Beziehungen beleben wollt, denkt über eure erotischen Ideen und Wünsche nach. Und falls ihr beruflich oder persönlich Herzensprojekte und Kreativprojekte habt, könnt ihr natürlich auch Visionen davon heraufbeschwören. Wenn ihr fest liiert seid, ist es wichtig, dass ihr euren Herz aller Liebsten in eure Pläne mit einbezieht und dass ihr euch aufeinander einstimmt, damit ihr möglichst bei der Verwirklichung eurer Wünsche an einem Strang zieht. Oder ihr nehmt euch vor, euch gegenseitig genug Freiraum für Hobbys und persönliche Projekte zu lassen. Die Venus steht im Dezember in eurem vierten Haus der Familie. Wahrscheinlich bekommt ihr viel Besuch und habt Spaß daran, euer Heim schön zu dekorieren und ladet zum Feiern zu euch nach Hause ein. Aber sorgt dafür, dass ihr Hilfe habt, denn ihr habt keine Lust, die damit verbundene Arbeit allein zu stemmen. Jupiter im fünften Haus zeigt auch, dass ihr trotz der Weihnachtszeit Lust habt, euch zu bewegen und sportliche Löwen werden kein Problem haben, über die Feiertage ihre Figur und Fitness zu behalten. Am 13. Dezember geht der Merkur in den Schützen und dann habt ihr Lust, eure kreativen Einfälle mit anderen zu teilen und seid auf jeder Weihnachtsfeier gern gesehen. Die Wintersonnenwende am 21. Dezember und der anschließende Vollmond am 22. fallen bei euch in den Bereich der Heilung und Spiritualität. Wenn ihr spirituell unterwegs seid, eignet sich dieser Vollmond sehr gut für ein schönes Ritual. Für Weihnachten kann euch Jupiter einen sportlichen Skiurlaub mit Hüttenromantik oder auch eine andere Reise bringen. Alternativ verspricht die Venus im vierten Haus gemütliche Feiertage mit der Familie zu Hause. Allerdings kann Lilith, die bei euch im Partnerhaus steht, eine komplizierte Situation in der Beziehung oder mit einer Patchwork-Familie anzeigen, bei der sich vielleicht nicht alle vertragen oder die Tradition nicht passt. Dann müsst ihr die Weihnachtstage eventuell zwischen mehreren Parteien aufteilen. Aber ihr werdet eine originelle Lösung finden und wahrscheinlich mit allen viel Spaß haben. Das gilt vor allem für die Geborenen der zweiten Dekade. Zu Silvester könnt ihr sehr gut eine Party bei euch zu Hause veranstalten, bei der Orakelspiele viel Anklang finden würden. Wenn in der Silvesternacht der Mars in den Widder geht, lässt euch das mit viel Schwung und Optimismus ins neue Jahr starten. Und jetzt schauen wir für die Jungfrauen und Jungfrau-Astendenten in die Dezembersterne. Bei euch läuft der Mars in den Fischen durch das Partnerhaus, wo auch Romantikplanet Neptun steht. Das kann euch mit diesem Problem des passiv-aggressiven Verhaltens konfrontieren, das ich in der kosmischen Schwingung erläutert habe. Wenn jemand euch etwas nachträgt oder etwas auszusetzen hat, wird die Person es nicht direkt äußern, sondern mit anderen drüber reden oder nur vorwurfsvoll schmollen, ohne zu sagen, was los ist. Das kann sehr lästig sein und euch Zeit und Nerven kosten. Für Single-Jungfrauen zeigt die Konstellation durchaus interessante Flirts an, aber sie werden nicht so ganz schlau daraus und ihr Gegenüber ist wankelmütig und sendet unklare Signale. Wisst ihr was? Einfach abwarten und aussitzen. Im Laufe des Monats klärt sich vieles von ganz alleine und das beginnt am 6. Dezember abends, wenn der Merkur wieder direktläufig wird. Außerdem habt ihr die Venus auf eurer Seite. Ihr findet die richtigen Worte, um verwirrte Seelen zu beruhigen und um anderen freundlich, aber deutlich eure Grenzen zu zeigen. Der Glücksneumond am 7. Dezember fällt in euer viertes Haus der Familie. Da werdet ihr bestimmt kurzfristig noch Pläne für Weihnachten machen und das macht euch auch Spaß. Langfristig ist dieser Neumond sehr schön für einen Neuanfang in eurem Familienbereich und in der Wohnsituation. Es kann Familienzuwachs anstehen oder ein Umzug in ein größeres und schöneres Heim. Eure diesbezüglichen Träume und Wünsche könnt ihr an dem Neumond Wochenende ans Universum absenden und einige davon werden im kommenden Jahr bestimmt in Erfüllung gehen. Am 13. Dezember wechselt der Merkur ins Zeichen Schütze und geht dann auch in euer viertes Haus der Familie. Ab dann ist auch eine gute Zeit, um für eure lieben Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Am 21. Dezember ist Wintersonnenwende, dann geht die Sonne in den Steinbock und bildet dann für vier Wochen vitalisierende Aspekte aus dem fünften Haus zur Jungfrausonne. Und so kommt es, dass ihr trotz Winterwetter und Weihnachtsstress wahrscheinlich in guter Form seid und eure Immunabwehr funktioniert. Der 23. Dezember ist ein Top-Tag für euch. Wenn es am Monatsanfang zu Spannungen in der Partnerschaft gekommen sein sollte, herrscht nun wieder Harmonie beim gemeinsamen Christbaumschmücken. Für die Feiertage zeigt Jupiter in eurem Haus der Familie, dass ihr entweder selbst ein volles Haus habt oder eine nette Einladung zu Verwandten bekommt. Und wenn ihr alleinstehend seid, ladet doch Gleichgesinnte und Freunde zu euch nach Hause ein. In den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester raten die Sterne, zwischendurch mal auszuspannen und euch zu erholen. Zu Silvester scheint euch nicht nach lauten Partys zumute zu sein. Es sieht eher nach einer kleinen, aber feinen Feier bei euch zu Hause aus. Und weiter geht es mit den vagegeborenen und vageaszendenten. Ihr genießt im Dezember den angenehmen Einfluss von Jupiter und der Sonne im Schützen. Die beiden machen euch gesellig und kommunikativ und die Anspannungen der letzten Monate rücken in den Hintergrund. Nur im Jobbereich könnten Kollegen euch in den ersten zehn Tagen des Monats noch nerven, weil sie nicht in die Gänge kommen oder ein Problem zu haben scheinen, aber nicht genau sagen, was eigentlich Sache ist. Finanziell gibt es vielleicht verspätete Zahlungen oder Außenstände, aber das sollte ab dem 6. Dezember besser werden, wenn der Merkur in eurem Geldhaus wieder direktläufig wird. Der Rest des Monats sieht finanziell sogar gut aus, denn die Venus läuft durch euer Geldhaus. Das Weihnachtsshopping macht also Spaß und ihr dürft mit schönen und wertvollen Geschenken auf eurem Gabentisch rechnen. Der Glücksneumond am 7. Dezember steht sehr günstig zur Waagesonne. Er fällt in euer drittes Haus. Das heißt, für euch liegen Glück und Erfolg in euren guten Ideen, den richtigen Informationen und interessanten Kontakten. Und es geht um eure Außenwirkung. Selbstständige Wagen sollten 2019 zu ihrem Jahr der Vermarktung ausrufen. Jupiter wird euch dabei unterstützen, euch und eure Firma im besten Licht darzustellen. Das sind Themen, über die ihr zu Neumond meditieren könnt. Am 13. wechselt der Merkur ins Zeichenschütze und verstärkt die günstigen Tendenzen. Es macht euch Freude, im Kontakt zu sein und euch in der Vorweihnachtszeit auch nachbarschaftlich zu engagieren oder an der Schule eurer Kinder bei weihnachtlichen Aktivitäten mitzuhelfen. Die Wintersonnenwende am 21. Dezember und der anschließende Vollmond am 22. rücken die Themen Beruf und Familie in den Vordergrund. Hoffentlich habt ihr Weihnachten frei. Falls ihr aber doch Verpflichtungen habt, findet ihr originelle Lösungen und schafft es, schließlich doch alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Auch Weihnachtsfeiern mit Freunden stehen unter guten Sternen. Jupiter als Reiseplanet würde übrigens auch eine schöne Reise über Weihnachten und Silvester begünstigen. Eine vage Freundin von mir ist zum Beispiel zu einer Kreuzfahrt in der Karibik eingeladen. Aber auch wenn ihr zu Hause bleibt, sorgt dafür, dass ihr über die Feiertage auch mal ausspannen könnt. Wenn ihr zu Silvester zu euch nach Hause einladet, dann habt ihr wahrscheinlich viel Arbeit mit der Vorbereitung der Party und dem anschließenden Aufräumen. Die Sterne empfehlen euch, lieber auszugehen und euch unbeschwert zu amüsieren. Und jetzt schauen wir für die Skorpiongeborenen und Skorpionaszendenten. Für euch wird es ein sehr liebevoller Monat, denn die Venus läuft ab dem 2. Dezember und noch bis zum 6. Januar durch euer Zeichen. Das macht euch charmant und gesellig. Liebesangelegenheiten, die im Oktober und November ins Stocken geraten waren, können jetzt wieder in Gang kommen und Meinungsverschiedenheiten in Beziehungen lassen sich beilegen, sodass zu Weihnachten wieder Harmonie herrscht. Mit Entscheidungen solltet ihr noch warten bis nach dem 6. Dezember, denn dann wird der Merkur auch wieder direktläufig. Der Glücksneumond am 7. Dezember fällt bei euch ins zweite Haus der persönlichen Werte. Für die Neumond-Meditation gibt es mehrere Themen. Einmal euer Wohlstand und auch eure Wunschprojekte, für die ihr Geld braucht und in die ihr investieren wollt und zum anderen euer Selbstwertgefühl, was ihr braucht, um euch wertvoll zu fühlen und die Wertschätzung anderer zu empfangen. Weil ja der Jupiter für die kommenden zwölf Monate durch diesen Bereich eures Horoskops wandern wird, sind die Chancen groß, dass euch im Umgang mit eurem Geld und euren Werten Glück und Erfolg beschieden sind. Denkt daran, auch etwas von diesem Glück mit anderen zu teilen. Dadurch wird es noch größer werden. Wir haben ja gerade jetzt im Dezember gute Charity-Aspekte. Vielleicht habt ihr Lust, euch da zu engagieren. Am 13. Dezember wird der Merkur in den Schützenwandern und er geht dann auch durch euer zweites Haus. Finanzverhandlungen sind vor Weihnachten also noch erfolgreich und ihr findet beim Geschenke shoppen bestimmt so manches Schnäppchen. Die nächste wichtige Konstellation ist dann die Wintersonnenwende am 21. Dezember. Da geht die Sonne in den Steinbock und aktiviert für euch den Bereich der Kommunikation und der guten Nachbarschaftsbeziehungen. Eure Meinung ist gefragt und wenn ihr jetzt respektvoll und höflich seid, wissen eure Mitmenschen das sehr zu schätzen. Im Anschluss ist der Vollmond am 22. Dezember in den Zeichen Steinbock und Krebs und der steht günstig für euch. Ihr habt jetzt einen guten Instinkt für die richtigen Worte zur richtigen Zeit und das könnt ihr Weihnachten auch brauchen. Ein heikler Aspekt mit Lilith zeigt an, dass vielleicht jemand nicht kommt, den ihr gern zu Weihnachten gesehen hättet oder dass es Unstimmigkeiten zwischen Familienmitgliedern gibt. Aber ihr könnt das gut handeln und zeigt euch kompromissbereit. Davon abgesehen sollten die Feiertage sehr harmonisch verlaufen, besonders wenn ihr mit eurem Schatz feiert oder glücklich frisch verliebt seid. Nutzt die Feiertage, um euch mit Menschen zu treffen, die euch wichtig sind, denn die Venus fordert euch auf, eure Liebesbeziehungen und Freundschaften zu pflegen. Und zu Silvester bekommt ihr bestimmt eine schöne Einladung. Und jetzt schauen wir für die Schützegeborenen und Schütze Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Dezember Geburtstag habt. In der ersten Woche kann es noch zu gewissen Verstimmungen kommen, vor allem im Bereich Heim und Familie. Die kosmische Anspannung zu Mars kann euch ein bisschen gereizt machen. Es wird schwierig sein für euch, ein offenes Wort mit anderen zu reden, weil die irgendwie überempfindlich reagieren oder nicht sagen wollen, was los ist. Aber das wird bald besser. Am 6. Dezember wird der Merkur wieder direktläufig und am 7. haben wir dann den Glücksneumond. Für euch ist das der wichtigste Neumond im ganzen Jahr, weil er in euer Zeichen fällt. Es geht also um euch selbst, eure Träume und Visionen. Wo wollt ihr euch entwickeln? Wo wollt ihr wachsen, besser werden und welche neuen Horizonte wollt ihr euch erschließen? Diese Fragen solltet ihr euch jetzt stellen und dabei nicht nur an euch selbst denken, sondern auch daran, was ihr der Welt zu geben habt. Denn Jupiter richtet jetzt für ein Jahr sozusagen sein Scheinwerferlicht auf euch und dadurch habt ihr schon eine gewisse Vorbildfunktion. Wenn ihr euer Bestes gebt, zieht das auch die Menschen in eure Umgebung mit und macht ihnen Mut, ebenfalls ihr Bestes zu geben. Dafür, dass es nicht zu ernst und feierlich wird, sorgt euer toller Humor. Am 13. Dezember wandert auch der Merkur in euer Zeichen und eure Ideen und Visionen nehmen mehr und mehr Gestalt an. Scheut euch nicht, alles aufzuschreiben oder vielleicht sogar mit Vertrauten ein Brainstorming für das neue Jahr zu machen. Ihr seid beliebt und jeder möchte mit euch zu tun haben und wenn ihr zu eurem Geburtstag einladet, werden alle kommen. Das Wochenende vom 15. und 16. bietet zwei Top-Tage für euch, falls ihr da feiern wollt. Zur Wintersonnenwende am 21. Dezember wandert die Sonne dann abends um 23.22 Uhr aus dem Schützen heraus und in den Steinbock und sie aktiviert dann für vier Wochen euer zweites Haus der persönlichen Werte. Bestimmt habt ihr für das neue Jahr einige Vorsätze, um eure Finanzen zu organisieren und zu konsolidieren. Aber dann ist erst mal Weihnachten und ihr werdet die Feiertage sicherlich in vollen Zügen genießen können. Einige von euch pflegen ihre Angehörigen hingebungsvoll und spüren deutlich, was das für eine ehrbare spirituelle Aufgabe ist. Viele Schützen können aber auch den Jupiter nutzen, um sich zu verwöhnen oder sogar eine schöne Reise zu machen. In der Silvesternacht wird Energieplanet Mars ins Zeichen Widder wechseln. Das wird ein sehr schöner und schwungvoller Start ins neue Jahr für euch. Und weiter geht es mit den Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Dezember Geburtstag habt. Wahrscheinlich habt ihr bis Weihnachten noch viel Arbeit, aber nehmt euch Zeit fürs Zwischenmenschliche, denn ihr habt schöne Tendenzen für die Liebe und die Beziehungen. Die Venus läuft ab dem Zweiten durch euer Freundschaftshaus und bildet gute Aspekte zur Steinbock-Sonne. Wenn ihr mit bestimmten Freunden länger keinen Kontakt mehr hattet, bietet der Dezember die Chance, euch wieder zu treffen. Überhaupt gestalten sich eure geselligen Aktivitäten sehr erfreulich. Für Steinbock-Singles hat nun die Zeit begonnen, in der der Mondknoten durchs Partnerhaus läuft und damit erhöhte Chancen anzeigt, auf einen Seelenpartner zu treffen. Der erinnert euch dran, wie wichtig es ist, dass ihr euch zwischendurch mehr Zeit nehmt, in der Stille mal zu euch selbst zu finden. Euer Glück und euer Erfolg hängt auch von der guten inneren Führung ab und die erreicht man am besten, wenn man sich eben ab und zu mal nach innen wendet und der inneren Stimme die Chance gibt, gehört zu werden. Ich bin ja selbst Steinbock und ich musste schon am eigenen Leib erfahren, was es mit uns Steinbock macht, wenn wir uns nicht genug Auszeiten gönnen. Dann besteht nämlich die Gefahr, dass wir krank werden und dann müssen wir uns zurückziehen, ob wir wollen oder nicht. Jupiter wird ja für die kommenden zwölf Monate bei den Steinböcken durch das zwölfte Haus laufen und in den Kommentaren zu meinem Jupiter-Special haben sich einige Steinbock-Kollegen beschwert, dass Jupiter ihnen wohl jetzt nicht mehr so direkt zur Verfügung stünde. Aber das stimmt so nicht. Wir Steinböcke müssen nur mehr nach innen hören. Es geht um die Verbindung mit unserem Unterbewusstsein, unseren Träumen und unseren Seelenkräften und darum, durch Meditation und Achtsamkeit besser in Kontakt mit diesen Kräften zu kommen. Dann helfen sie uns nämlich sehr wohl, die richtigen Entscheidungen zu treffen und Erfolg zu haben. Spürt doch da zur Neumond-Meditation mal rein. Ab dem 13. Dezember geht der Merkur in den Schützen und wandert dann auch durch euer zwölftes Haus. Achtet dann in den kommenden drei Wochen auf innere Botschaften, die vielleicht durch Träume zu euch kommen. Zur Wintersonnenwende am 21. Dezember wandert die Sonne um 23.22 Uhr in den Steinbock und das bringt ein Vitalitätshoch und wahrscheinlich schon wieder den Wunsch, mit der Arbeit loszulegen. Der Vollmond am Tag darauf in den Zeichen Krebs und Steinbock fällt auf eure Beziehungsachse und ihr solltet euch in den Feiertagen wirklich Zeit für Liebe, Beziehungen und Geselligkeit nehmen. Dabei unterstützen euch Liebesplanet Venus und Romantikplanet Neptun. Die meisten Steinböcke sind Familienmenschen und können über Weihnachten im Kreis ihrer Lieben und Freunde sehr gut auftanken und das solltet ihr auch tun. Wahrscheinlich werdet ihr auch Silvester im Kreise ausgewählter und guter Leute feiern. In der Silvesternacht wechselt ja der Mars in den Widder und dann steht ihr zu Jahresbeginn schon wieder unter Dampf mit den nächsten Projekten loszulegen. Und jetzt schauen wir für die Wassermanngeborenen und Wassermann-Ascendenten in die Dezembersterne. Beim Blick auf euer Horoskop muss ich an das schöne Kölner Karnevalslied Jorte Freunde stond zusammen denken. Also gute Freunde stehen zusammen, denn darum geht's bei euch. Der Glücksneumond am 7. Dezember fällt in euer elftes Haus der Freundschaften und guten Kontakte und damit dürftet ihr euch super wohlfühlen. Für die meisten Wassermanngeborenen ist Freundschaft die Grundlage aller Beziehungen, auch in der Liebe und der Partnerschaft und auch zu ihren Kindern pflegen sie oft freundschaftliche Beziehungen. Nehmt euch die Zeit, um in der Neumond-Meditation darüber nachzudenken, wie ihr in den kommenden zwölf Monaten durch eure Freundschaften und guten Beziehungen euer Glück und euren Erfolg gestalten könnt und natürlich auch, wo ihr euch helfend einbringen könnt. Auch euer berufliches Netzwerk ist Gold wert und ihr könnt es in den kommenden zwölf Monaten erweitern und gewinnbringend nutzen. Ab dem 13. Dezember gesellt sich auch der Merkur zu den Planeten im Freundschaftshaus. Wahrscheinlich seid ihr viel eingeladen und könnt euch vor lauter Weihnachtsfeiern kaum retten. Ihr solltet aber auch wirklich hingehen, denn ihr könnt sie zum Netzwerken und zur Pflege eures Bekanntenkreises nutzen. Wobei die Geburtstagskinder der zweiten Dekade unter dem Einfluss von Lilith im Wassermann stehen. Das heißt, sie legen großen Wert auf Ehrlichkeit und Authentizität in ihren Beziehungen und das kann manchmal schon an Unhöflichkeit grenzen. Wenn ihr betroffen seid, braucht ihr ja niemanden zu schmeicheln, nur weil es vielleicht ein günstiger Business-Kontakt ist. Aber ihr müsst ja auch nicht jede Wahrheit aussprechen, wenn sich das für euch nachteilig auswirkt. Da kann ein bisschen Diplomatie nicht schaden. Der Einfluss von Lilith macht euch auch sehr kreativ bei der Auswahl der Weihnachtsgeschenke und vielleicht wollt ihr überhaupt Weihnachten ganz anders und unkonventionell feiern und etwas anderes machen als sonst. Warum auch nicht? Ihr findet bestimmt Freunde, die sich euch gerne anschließen. Zur Wintersonnenwende am 21. Dezember geht die Sonne in den Steinbock und aktiviert dann euer zwölftes Haus der Spiritualität, ebenso der anschließende Vollmond, der die gesamte Heilerachse aktiviert. Und das ist gut für euch, wenn ihr die Feiertage ganz zurückgezogen und spirituell verbringen wollt. Die Sterne begünstigen aber auch eine lustige Reise mit der Clique über die Feiertage. Ihr habt die Qual der Wahl. Einziger Wermutstropfen ist, dass ihr auf euer Geld aufpassen müsst. Das könnte im Dezember knapp werden. Gesundheitlich solltet ihr darauf achten, dass ihr an den Feiertagen auch mal zur Ruhe kommt. Die Arbeit könnt ihr liegen lassen. Die geht euch gleich zu Jahresbeginn viel besser von der Hand, denn ihr startet mit einer produktiven und kraftvollen Phase ins neue Jahr. Und jetzt schauen wir für die Fischegeborenen und Fischeaszendenten, was der Dezember bereithält. In der ersten Woche seid ihr vielleicht noch etwas unentschlossen und dabei gleichzeitig auch gereizt, besonders wenn ihr in der zweiten Dekade geboren seid. Wenn ihr euch über etwas ärgert, dann sprecht es lieber offen an, als euch schmollend zurückzuziehen. Ab dem 7. Dezember, wenn auch der Merkur wieder direktläufig ist, bessert sich die Stimmung. Für die Liebe ist es ein sehr schöner Monat, denn Liebesgöttin Venus steht günstig für euch und sorgt im Zweifelsfalle auch für Ausgleich, falls es zu Unstimmigkeiten kommen sollte. Der Glücksneumond am 7. Dezember beleuchtet euer 10. Haus der Karriere. Ihr solltet die Neumondphase nutzen, um über eure beruflichen und kreativen Pläne für 2019 nachzudenken und eure Ziele zu formulieren. Denkt dabei ruhig in großen Dimensionen und stellt euch das Beste vor, was ihr erreichen könnt, denn ihr habt ein ausgezeichnetes Jahreshoroskop. Und bittet in der Meditation auch gleich darum, dass ihr bei der Verwirklichung eurer Ziele mit vertrauenswürdigen und verlässlichen Menschen zu tun habt. Ab dem 13. Dezember geht der Merkur dann in den Schützen auch in euer Karrierehaus. Das ist eine gute Gelegenheit, in einer Rückschau auf eure Leistungen hinzuweisen, denn Jupiter zeigt wohlwollende Vorgesetzte an. Am Wochenende vom 15. und 16. Dezember habt ihr zwei Top-Tage, an denen euch kaum jemand einen Wunsch abschlagen kann und für Singles gibt es dann besonders schöne Flirtchancen. Zur Wintersonnenwende am 21. Dezember geht die Sonne in den Steinbock und aktiviert dann für die kommenden vier Wochen euer Freundschaftshaus. Und der Vollmond am 22. Dezember steht günstig zur Fischesonne. Wenn ihr Einladungen von Freunden bekommt, geht hin, auch wenn es kurz vor Weihnachten ist. Der 23. ist ein Top-Tag für euch. Schön, wenn ihr dann schon alles erledigt habt und entspannt mit euren Liebsten den Weihnachtsbaum schmücken könnt. Die Feiertage könnt ihr genießen. Festliierte erleben romantische Momente, Fische mit Kindern freuen sich gemeinsam mit ihrem Nachwuchs und wenn ihr alleinstehend seid, findet ihr Freunde und Gleichgesinnte, mit denen ihr feiern könnt. Solltet ihr aber berufliche Verpflichtungen haben, schließlich gibt es ja viele Jobs, wo man auch über Weihnachten oder Silvester im Einsatz sein muss, dann grämt euch nicht, denn die Sterne stehen dafür sehr positiv. Die Vergütung stimmt und man wird euch super dankbar sein und viel Anerkennung entgegenbringen. Zum Jahresausklang solltet ihr feiern. Ihr trefft nette Leute und Singles können flirten. Vielleicht entscheidet ihr euch auch spontan noch für einen Kurztrip in eine schicke Stadt wie Berlin, wo man toll feiern kann, denn die Venus steht in eurem Reisehaus. Das waren eure Konstellationen im Dezember. Wenn ihr eine ganz persönliche Beratung zum Horoskop braucht, zum Beispiel eine Jahresvorschau, bin ich gern für euch da. Ihr könnt die Beratung direkt auf meiner Homepage buchen oder für eine Terminvereinbarung auf meinem Kundentelefon anrufen. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Die ausführlichen Tendenzen für 2019 für alle Sternzeichen mit den Aspekten und Geburtstagskindern findet ihr in meinem Buch Das große Jahreshoroskop 2019, das jetzt erschienen ist. Es ist euer Begleiter für das neue Jahr mit den Tendenzen für die Liebe, für eure beruflichen Chancen und für die Gesundheit und ihr könnt jederzeit die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres nachschlagen. Nicht nur für euch, sondern auch für die Menschen, die ihr liebt und für die ihr euch interessiert. Ich schreibe euch den Bestelllink unten in die Videobeschreibung und ihr findet die Infos auch auf meiner Homepage. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 7. Dezember um 18.30 Uhr. Da könnt ihr mir wie immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen, zum Beispiel in welchem Bereich bei euch der Transit von Jupiter oder dem Mondknoten fällt. Und der nächste Termin ist am Freitag, den 4. Januar 2019. Könnt ihr euch schon mal vormerken. Und jetzt kommen wir zu der Verlosung, wo es diesmal eine komplette Jahresvorschau zu gewinnen gibt. 45 Minuten mit mir inklusive Mitschnitt im Wert von 160 Euro. Und diesen Preis könnt ihr diesmal gewinnen, wenn ihr mein Video mit euren Freunden auf Facebook teilt oder auf euren anderen Social Media. Auf Facebook kann ich das mitverfolgen und ansonsten schreibt mir gerne, was ihr euch habt einfallen lassen. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, dazu müsst ihr einfach nur hier klicken, dann erfahrt ihr automatisch, wann ich neue Videos hochlade, zum Beispiel die Videos zum Jahreshoroskop. Für jetzt möchte ich euch mein Special über Jupiter im Schützen und über den Mondknoten im Krebs und Chiron im Widder ans Herz legen. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.